Heute bin ich schon zur zweiten Laserbehandlung in der Lysernklinik. Ich freue mich sehr darauf. Bei der ersten Behandlung war ich etwas skeptisch, ob das funktioniert. Ich habe bereits nach einer Woche einen großen Unterschied gesehen. Das hat jetzt zu bröckeln und zu zerbrechen. Das hat mir einfach gezeigt, dass die neue Lasertechnik der Lysernklinik wirklich funktioniert, wo ich auch sehr glücklich darüber bin. Das Team hat mich gut begleitet durch Behandlungen. Es ist ein Kompetenzteam, es sind medizinische Angestellte, die einen seriös aufnehmen und beraten. Sobald ich das erste Tattoo fertig habe, werde ich auch mit allen anderen weiterfahren, die ich noch vorhin habe. Ich bin mega zufrieden. Habläuerte